Was geht ab, ihr Regenler? Und herzlich willkommen zu meinem nächsten CW-Video auf meinem Kanal. Ja, vorab möchte ich mich natürlich wieder entschuldigen, dass ich zwei Wochen ungefähr keine Videos gebracht habe. Ich versuche auf jeden Fall in Zukunft wieder mehr Videos zu bringen. Ja, mir fehlte irgendwie die Motivation. Ich weiß auch nicht genau, an was es lag. Aber ja, wie ihr im Titel schon lesen könnt, haben wir wieder Hex-Hex aufgemacht. Und es lief auch echt richtig gut. Ja, ich möchte gar nicht viel labern. Ich habe einfach mal ein CW aus drei Sichten mal wieder gemacht. Also schaut auf jeden Fall mal gerne bei Jonas und bei Luca vorbei. Und dann würde ich einfach mal sagen, lasst auf jeden Fall mal ein Like unten, aber wenn euch das Video gefallen hat. Und macht's gut und ciao. All the time. Ey, ey, Puma, 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 ooooh. Pummen. Wir wollten uns doch eigentlich so machen. Das war der David, wenn wir das erste Video machen. Ey, ey, Luca. Ey, nein. Nein, ey. Pummen. Wenn du vielleicht, wenn du vielleicht noch am Anfang schön hinschreibst, danke an den und den für die Clips, damit es noch cooler wirkt. Aber dann das gleiche Pack. Das war sechs, jawoll. Dann wär's cool. Ey, damit du was unser Wettkling. Ich mache eins. Ich mache, okay, ich mache vier. Ja, du machst letzter. Hä? Okay. Okay. Ha ha. 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 Auf geht's. Du bekommst grad von Philipp seiner Mutter einen gegloat, oder? Ha. Nein, aber Philipp wird sogar gedröst, wenn er nicht im Channel ist. Ich hab's. Aber wie der mit seiner Scheiß-Form ist, kann stomp'n. Meine Press, ich hab einfach kein gutes Pack. Hab ab und zwei K-Pack. Geht rein. Ah, die anderen hätt's auch noch. Ja, ich hab's. Nur Suicide, mehr kann er nicht. Fuck, ich hab Leitern vergessen. Egal. Ihr macht das schon. Bumba wird geballert. Du hast das Schwert gegeben, bei der Prüge. Ich hab auch ein Schwert. Web? Ey, war das nicht der mit HL-Final? Ja, ich hab halt auch kein Web. Egal, ich kann von weit da unten in den Safe bauen. Hey, Bumba brauchst du... äh, Leitern oder sowas? Keine Ahnung, für was? Für Lockback oder sowas? Guck, guck. Ja, und Bumba da. Oh, Zukunftshandcam machen. Und weiter hab ich noch einen PC, 120 FPS-Videos sind da. Du geh wegen meinten. Ja, Mann. Äh, bin oben. Ah, Busti. Der Boat's Shine. Ah. Er bringt Bust mit. Ja. Bust mit einem. Da brauchst du keine Blöcke, weil dann könnte ich... Der Buster hat mich in die Luft entgegen. Ja, zum Butterflym brauchst du Razer Synapse und ne gute Razer Mouth. Alter, bei mir ist ein Vogel am Fenster. Du brauchst auch gar keine Razer Synapse. Junge. Dann kannst du Butterflyen, ohne dass du Butterfly... Der Vogel hängt einfach da. Du hast 20 CPS. Du kannst einfach die Datei nur Butterfly nennen. Hehehe. Ey, der Vogel lenkt mich ab. Ey, da geht einer einfach hoch, ne? Wir würden einfach Unterholz-Gangster. Hallo, da ist Unterholz. Oh, Benni. Ups, weht. Oh, wachtung, eine Picker! Hey, ich krieg den Rot-Hit nicht. Ey, was denn das, Leute? Hier ist wieder da. Rasti. Rasti, man kann auch einfach cool sein. Und kann sich dem, ähm... Ja, der Vogel hängt da fest. Ich mein's ernst. Ich hab immer so Sound-Bot mit nem Falten schon dabei. Hey, nein, kennst du das nicht? Es gibt nen Auto-Kack, der auf den Sound macht, wenn er Butterfly-Sounds macht. Er macht Butterfly-Sound. Wir haben so ein Fliegen-Netz, der hängt da fest. Ja, geh doch mal auf den drauf hier. Der Bogen ist schon unten, glaub ich. Nice. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ah, adios Gott. Heißt Gott, äh, Arsch? Ja. Ja. Wie damit so Arsch tun? Arsch. Arsch. Im Jahr heißt geht Arsch. 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 Ja, scheiß Arsch! Das weint. Hast du auch Spanisch in der Schule, Jonas? Ja, klar. Aber ob ich ein Wort kann, also... Arsch. Arsch. Jonas, äh... Jonas, äh... Jonas, Tango, lasse die Bedeß. Oh, das ist ne gute Bedeß. Wir machen ein Double-CD. Hast du? Wo soll ich rein machen? Ja. Oh, Pumba, 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 Pumba. Nein! Bett war offen! Ich hätt einmal höher gehen müssen. Wundern jetzt, und jetzt. Benni. Rasti, darf ich dir mal ein Lied zeigen? Ja. Und du hörst nur auf den Tags. Und ich sag dir einfach, dass ich das immer hör, wenn ich zuhause alleine bin. Der Bogen liegt da. Ich glaub, ich muss den 13 getroffen haben. Ja, hoffe ich. Ich sag mal, wenn du am Anfang würdest. Hallo, Zero! Hab den, hab den. Ich hab deinen Text. Hallo. Wo ist der hier? Wo ist der hier? Wo ist der hier? Oh mein Gott! Nein, nein! Ich komme! Hilfe! Ja! Oh! Ohh! Ohh! Alter, what the f**k! Wo war's? Der med-boy. Ja, ist er auch. Ja, ist er auch. Alter! Ich hab den so gefickt, hast du es gesehen? Das war so geil, ne! Wer ist das? Brokes! ist Brokes. Ich kenn ihn nicht, ne? Doch nicht. Hast du wahrscheinlich One-Hit abgestaubt, oder? Nein! Also ich hab zwei One-Hit abgestaubt. Der Tags ist gut, oder? Holt ihn, holt ihn, holt ihn, holt ihn! Du musst ihn holen! Zwei! Nein, der kommt noch auf. Kennst du das? Er hat zwei! Komm bitte holt sie, holt sie, holt sie! Schau mal, schau mal. Oh mein Gott! Geh dich da hoch. Ich hab überlebt. Nur wenn du die mir alle taunen. Ich hab überlebt, alles ist gut. Geiles Cape. Was ist das denn für ein Cape mit nem Blitz? Das ist absolut krass, ne? Wie viele Schichten haben die? Zeru, wenn du uns gute Schafe machst? Ich hab keinen dabei. Wer will kommen, wir gehen! Da ist einer! Ey, scheiße! Wie weit sind sie unten? Nicht weit. Nicht weit genug, ja? Noch ein Schott, ich geh drauf. 3, 3, 1, doch. Schön. Fuck. Machst du schon Schafe? Mach ich gleich. Boah David, ich hab aber heute ein geiles Film. Ich hab gestern wieder deine Videos abends gesehen. Die Laios von Ständer, ne? Nur mal mit den... Die Diebs wollen nur durch den Hürdo. Wir kriegen die Ständer. Eigentlich würdest du dann wieder so ein Häufel wieder machen, oder? Ja ehrlich, keine Scheiße. Das ist P4 in der Mitte durch, damit die Schafe da durchgehen. In der Mitte auf, dass die Schafe da rein droppen. Erhaftes hat. Schafe kommen bei 30. Da geht Deiner, da geht Deiner. Da geht Deiner. Oh Pumma, oh Pumma. Oh Pumma, oh Pumma. Ey bei 48, sorry. Oh Pumma, 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 oh Pumma. 4 Stücke! Oh, oh Pumma! Mach nochmal 4, ok? LOLL! Where is the bird? Where is the bird? Ja, du kannst Blöcke reintun, ich hab keine Blöcke mehr. Menschen oben. Hast du Blöcke? Jetzt kommt bei 23. Wir haben jetzt so viel ausgekontert wieder, gell. Nein, schlimmer. Wie viel Schafe habt ihr noch? Das waren die letzten. Da müsst ihr jetzt, da müsst ihr jetzt gehen, doch mach das TNT, und das darf. Ja, mach das einfach TNT. Wir haben kein TNT Sind alle down? Ich glaube wir haben es genau gleichzeitig abgebaut Nikita schreibt Hunter Outro Outro